So, liebe Leute, bleibt bis zum Ende dran. Nicht jetzt schon mal abschalten, sondern bis zum Ende dran bleiben. Wir gehen jetzt Richtung Weihnachten und jetzt kommt ein kurzer Ausschnitt. Und am Ende sage ich euch das so noch was. Toasterbrot. Trägen wir mal das Toasterbrot her. Wir gucken. Passt dran, das ist Toasterbrot. Was ist das? Toasterbrot. Ah, Leute, ihr wisst, neue Jugendsprache von Serena hat, wenn euch das Video gefallen. So, liebe Leute, ihr habt das Video gerade angesehen, sehen, habt ihr mich mal veräppelt mit dem Toasterbrot. Und jetzt haben wir ja einen Song rausgebracht, vor zwei Jahren. Und das war ja Toasterbrot. Und jetzt kann ich euch verraten, am Weihnachten, aber zwei Tage vorher, am 22.12. Genau, Punkt 0 Uhr, also auf Deutsch gesagt, 21. auf den 22.00 Uhr erscheint der neue Toasterbrot-Song. Und ich bin gespannt, wie er bei euch ankommt. Und ich kann nur sagen, stream den auf jeder Plattform, wo es geht. Und jetzt kommt ein kurzer Ausschnitt von dem Song. Toasterbrot. Toaster, Toasterbrot. Toaster, Toasterbrot. Toaster, Toasterbrot. Toaster, Toasterbrot.